Hallo und herzlich willkommen bei der Berufsberatung. Mein Name ist Kerstin Sass und ich bin Teil eines Teams aus Berufs- und Studienberatern bei der Agentur für Arbeit in Mönchengladbach. Ich präsentiere und beantworte euch heute, hier und jetzt eure Top 5 Fragen zum Thema Studienberatung. Frage Nummer 1 ist direkt ein Klassiker. Ich will studieren, weiß aber nicht was. Ja, das ist eine umfangreiche Frage, die sehr, sehr viele Antwortmöglichkeiten beinhaltet. Überlege zunächst, welche Interessen du hast, was dir Spaß bringt, welche Fähigkeiten und Stärken du mitbringst. Viele Seiten gibt es im Übrigen auch für Abiturienten im Internet, so zum Beispiel abi.de. Einen Überblick über das Studienangebot in Deutschland und jede Menge Studienfragen, die dazu beantwortet werden, bietet dir Studienwahl.de. Du hast noch so überhaupt keine Ahnung, was du machen möchtest? Dann probiere doch mal das Erkundungstool der Bundesagentur für Arbeit aus CheckU. Hier erfährst du in vier Modulen alles über deine Stärken, Interessen, Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen. Und natürlich bleibt auch die Berufsberatung. Komm doch einfach mal zu uns oder frag in deiner Schule nach, wann wir in der nächsten Sprechstunde wieder vor Ort sind. Nummer zwei von allen weiteren Fragen lautet Bachelor und Master. Was bedeuten eigentlich diese Abschlüsse? Der Bachelor ist der erste Studienabschluss, den du erwerben kannst, wer international auch anerkannt ist. Er dauert in der Regel drei bis vier Jahre und ist international anerkannt. Der Master baut auf dem Bachelor auf und du kannst dich innerhalb von ein bis zwei Jahren hier qualifizieren, auch für weitere Aufstiegsmöglichkeiten, oder Spezialisierungen. In der Regel brauchst du aber auch für bestimmte Berufe den Master, wenn du diese studieren möchtest. So zum Beispiel, wenn du Lehrer werden willst. Der Master kann sich direkt an den Bachelor anschließen oder aber du gehst erst arbeiten und machst den Master dann berufsbegleitend nebenher. Nun kommen wir zur Nummer drei aller Fragen, die euch am meisten interessieren. Wo finde ich Informationen zu einzelnen Studiengängen? Natürlich haben wir hier jede Menge Informationen im Internet. Es gilt halt die richtigen herauszufinden. Wir haben euch ein paar gute Seiten mitgebracht, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Zum Beispiel studienwahl.de. Hier findet ihr einen guten Überblick über Studienmöglichkeiten, Studienvoraussetzungen, über Finanzierungsmöglichkeiten und derlei Fragen mehr. Eine nächste Seite ist abi.de. Hier habt ihr Erfahrungsberichte, Reportagen von einzelnen Studenten oder Abiturienten, die sich für Studiengänge interessieren oder auch Porträts zu vielen Hochschulen, die es in Deutschland gibt. Einen schnellen Überblick bietet dir auch Berufe TV. Hier findest du Filme, die dir einen realen Einblick in die Arbeitswelt verschaffen. Natürlich bekommst du auch auf den einzelnen Seiten der Hochschulen sehr, sehr viele Informationen zu einzelnen Studiengängen. Schau doch einfach mal rein bei einer Uni, die in deiner Nähe ist. Und natürlich kannst du auch zur Berufsberatung kommen. Auch wir haben Tipps zur Recherche auf Lager. Nummer vier der häufigsten Fragen lautet, wie bewerbe ich mich um einen Studienplatz? Für ein Studium an einer staatlichen Hochschule bewirbst du dich am besten bei der Hochschule selbst und schaust hier auch auf der jeweiligen Homepage nach, was die Voraussetzungen sind und wie das geht. Eine weitere Möglichkeit ist, sich bei hochschulstart.de umzuschauen und dort zu schauen, wie das ganze Bewerbungsverfahren vonstatten geht. Du hast auf jeden Fall bestimmte Fristen zu beachten. Hier gilt der 15. Juli für das Wintersemester sowie der 15. Januar für das Sommersemester des Jahres, in dem du das Studium aufnehmen möchtest. Ausnahmen sind hier natürlich möglich, zum Beispiel an privaten Hochschulen gelten abweichende Fristen. Für einige Studiengänge gelten auch Eignungsprüfungen, so zum Beispiel in den Bereichen Sport, Kunst und Musik. Hier sind oft frühere Bewerbungstermine wichtig. Die musst du beachten. Oft ist es auch erforderlich, seine Sprachkenntnisse nachzuweisen, so zum Beispiel in Englisch oder in Latein. Auch der Abinotendurchschnitt kann eine Rolle spielen. Hier gilt es oft, Zulassungsbeschränkungen bei Studiengängen zu beachten. Dies nennt man auch den Numerus Clausus. Alles weitere zum Thema Bewerbung bei den Hochschulen erklärt dir gerne auch dein Berufsberater. Nun kommen wir zu Nummer 5 der häufigsten Fragen, die euch zum Thema Studium interessieren. Duales Studium, was ist das eigentlich? Das duale Studium bedeutet immer die Verbindung zwischen einem Studium und einer praktischen Arbeit in einem Unternehmen. Es gibt verschiedene Modelle hierfür. Die findest du in der Wirtschaft oder auch bei Behörden. Entweder es geht darum, eine Ausbildung abzuschließen und dann zeitgleich einen Studienabschluss zu erwerben oder aber auch dein Studium enthält längere Praxisphasen. Das nennt man praxisintegrierend. Meistens dauert so ein duales Studium drei bis fünf Jahre und in der Regel erhält man hierfür auch schon eine Vergütung. Weitere Informationen zum Thema duales Studium findest du auch unter studienwahl.de slash duales Studium. Weitere Informationen zum Thema duales Studium findest du auch unter studienwahl.de slash duales Studium. Die Berufsberatung bringt dich weiter. Komm jetzt und melde dich an zu einem Termin. Entweder unter unserer Hotline unter 0800 455 55 00 oder unter mönchengladbach.berufsberatung at arbeitsagentur.de. So, das waren die Top 5 zum Thema Studienberatung. Ich hoffe, ich konnte euch auf eurem Weg in Richtung Studienwahl begleiten und euch Informationen an die Hand geben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht in der Schule oder zu einem Sprechstundentermin in der Berufsberatung. Tschüss und bis bald. Sprechstundentermin in der Schule.